Ich muss aber dazu sagen, eigentlich war ja eine poetische Einführung gemeint. Es ist jetzt sozusagen eine poetische Zwischenspiel. War es, ist es und wird es sein. Um und um die Hunsburg herum zu sehen, hören und zu fühlen war, ist und sein wird. Der Wind, das Kind, der Hund, das Mädchen, der Junge, die Rehe, der Hase, der Igel, der Mann, die Frau, nackt oder bekleidet, die Obdachlosen, die Schachstieber, die Bäume, die Vögel, die Blumen, die Gräser, die Büsche, die Decke, das Brot, der Wein, das Haus, das hier stand, die Menschen, die Wege, der Lärm und die Stille dazwischen, unser Atem, unsere Worte, unser Staunen, unser Träumen, unser Gefühl, unser Wille, unser Getue, unser Lachen, unser Weinen, das Rauschen der Bäume und das Rauschen der Autos in der Ferne, das Licht zwischen den Wolken, die Sonne im Nebel, die Blätter der Bäume und die Blätter mit den geschriebenen Worten, die Vorbeigehenden und die Stehenbliebenen, die Hörenden und die Zusehenden, die Wegsehenden und uns, die wir hier sind und uns, die wir hier waren und uns, die wir hier sein werden.